Musik Ja gut, die Hi8 kann das Bild mit etwas mehr als 400 Seiden auflösen. Ich habe zwar immer gedacht, dass die Y-Komponenten bei diesem Format also Bildschärfe und Details eher schlecht sind. Das ist bei der TV natürlich einiges besser. Gerade bei der hier, gerade die Chroma und die Luminanz. Das sind natürlich Welten dazwischen. Ja, und mit dem Verlängern des Frequenzen auf volle 2 MHz hat man natürlich eine Verbesserung der Bildqualität bekommen. Sicher. Vielleicht schauen wir uns die noch einmal an. Gerne. Das ist natürlich schon total anders zu halten. Ja, dann müssen Sie richtig. Ja. Das liegt doch gut in der Hand. Mhm. Ja, ich glaube, das ist viel besser. Ein DVC 3000, ein Ladegerät, Batterie-Pack, Stereoscarb-Table und zwei Bändchen. Hat er recht eingeschenkt. Ist ja gut. Wie hast du das gemacht? Hör, du musst einfach wählen. Du musst wählen, gut zu sein. Ich habe das Handbuch durchgelesen. Seite für Seite. Das letzte Weekend. Übrigens. Die andere war nicht zum ersten Mal da. Der Streber. Значит, ich glaube, das ist ganz wert. Dass ich weiß, was will. Die da. Ja. Die dividende sind, diepläste ist. Und wennen Sie wieder auf die Meten gew億. Damit du bist. rich ist noch... Was bochtetisch. Sie Apple에게 kleinere mich sagen. Vielen Dank.